Die Mannschaft ist ein ganzes, die Kameradschaft ist irrsinnig da und alle zielen am gleichen Strick. Und in einer Mannschaftssportart ist das das A und Z, dass jeder für den anderen kämpft und fightet. Und dann sind auch Erfolge gegen stärker platzierte Teams, in jedem Fall auf dem Papier, möglich. Und das gibt dann auch die Stimmung. Und die Zuschauer estimieren das, dann kommen die auch an den Matsch, wie man heute sieht. Der Hauptsponsor des Vereins, seine Zeitung, die Luzerner Neuesten Nachrichten. Sicher nicht einfach für die Journalisten mal was Kritisches zu schreiben. Doch zur Zeit gibt es eh nur Lob, ein Sportjournalist mit Fußballernamen. Der Baumeister des Erfolges ist sicher Friedl Rausch, aber der Bauherr, der heisst Romano Simeone, ist der Präsident, der mit seiner Crew das alles ermöglicht hat. Und wie Sie gesehen haben, ein Roger Verli ist ein Routinier, ein Jürgen Mohr ist ein Routinier in dieser Mannschaft. Und nun ist in der Finalrunde auch noch der lange Peter Nadig explodiert, hat schon acht Tore gemacht. Und das erklärt den Erfolg dieser Mannschaft, die sehr ausgeglichen ist und keinen Starspieler hat.